Da war er wieder, der SV Werder Bremen, der auch noch gewinnen kann. 3 zu 1 gegen Fortuna Düsseldorf. Nach fünf Spielen ohne Sieg ist der Bann gebrochen und Werder hatte sich diesen Sieg wirklich redlich verdient. Es war schon beeindruckend, wie aggressiv die Bremer in diese Partie gegangen sind zu Anfang und wie sie diesen Sieg erzwingen wollten. Das war dann zwar schwerer als gedacht zunächst, aber am Ende ging es doch gut aus, weil Florian Kohfeldt heute wirklich das goldene Einwechselhändchen hatte. Drei Spiele hat er gebracht, drei Spieler haben diese Partie entschieden. Martin Harnik mit dem Treffer zum 2 zu 1, Josh Sargent mit dem Treffer zum 3 zu 1 und Johannes Eggestein mit der Quasi-Vorlage zum 2 zu 1 durch Martin Harnik. Werder hat damit die Krise wahrscheinlich hinter sich gelassen, obwohl man muss schon ein bisschen auf die nächsten Spiele gucken. Da geht es ja munter weiter. Dortmund, Hoffenheim, Leipzig, kein leichtes Restprogramm. Da haben eben auch alle darauf hingewiesen und Sie alle wissen, der Sieg war bitter, bitter nötig, um nicht total abzurutschen in der Tabelle. Aber es heißt auch nicht, dass das jetzt schon wieder die Wende zum Guten war, weil was jetzt kommt, kann auch wieder in die andere Richtung gehen. Aber man kann es ja drehen und wenden, wie man will. Wenn man das Spiel für sich heute isoliert betrachtet, war es ein absolut notwendiger, ein absolut verdienter Sieg gegen einen Tabellenletzten, der sich eigentlich nur hinten reingestellt hat und ein bisschen auf sein Glück gehofft hat. Das hatte er dann auch einmal, der Tabellenletzte, mit dem Elfmeter zum 1 zu 1, zum Zwischenzeitlichen, über den auch diskutiert werden muss. Ein Handspiel im Bremer Strafraum durch Sebastian Langkamp, ja, das war es. Aber was war denn vorher bei den Fortunen, ja, da war auch ein Handspiel im Strafraum und da wurde der Videobeweis nicht gezogen, es gab keinen Elfmeter für Werder. Da fragt man sich tatsächlich, was eigentlich dieser Videobeweis wirklich an Gerechtigkeit bringt im Fußball. Aber es ist nur eine Randgeschichte, weil Werder hat das Spiel trotzdem gewonnen, ja, und hat einen neuen kleinen Star geboren heute. Josh Sargent, erstes Bundesligaspiel, erstes Bundesligator mit der ersten Ballberührung, das ist eine Geschichte, ja, die gehört eigentlich ins Märchenbuch, aber sie wurde hier im Weserstadion geschrieben. Für den Jungen ist das natürlich toll, man muss jetzt aber auch ein bisschen die Erwartungen unten halten, das wird jetzt nicht stringent so weitergehen für ihn. Da werden auch wieder andere Tage kommen, wo er nicht dabei ist, wo er nicht spielt, wo er nicht eingewechselt wird, wo er nicht trifft. Aber der Anfang für ihn in der Bundesliga-Karriere ist gemacht und man kann hoffen, dass da in einigen Wochen, Monaten noch was kommt.